Das ist hier die Darstellung einer Mais-Silage mit den NUFA-Daten, also der TS-Gehalt hier vorneweg. Die Verdaulichkeit der organischen Substanz wird hier beschrieben. Auch hier werden verschiedene Formen sozusagen zu verschiedenen Zeitpunkten nochmal abgetragen. Was wir hier wiederfinden, ist dieser ANDFOM, wie wir ihn auch in der CNC-PS-Analyse, also sprich nach dem amerikanischen Fasermodell wiederfinden. Auch Hemizellulose werden hier nochmal extra ausgewiesen. Auf der linken Seite die Klassiker, Fettstärke insbesondere natürlich, der Anteil beständiger Stärke, Gesamtzucker unter 1,5, das steht so ziemlich auf jeder Analyse drauf. Verstehe ich nicht so ganz, weil sich das nicht wirklich vorstellen lässt, dass das tatsächlich so sein sollte. Enzymlöslichkeit der organischen Substanz, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie praktisch die Gasbildung. Sprich, wir haben hier letzten Endes einen Verdaulichkeitsparameter. Der Aschegehalt, das ist ein Klassiker, der Strukturwert wird praktisch sonst gar nicht mehr im CNC-PS-Modell verwendet. Da geht man bestenfalls nochmal über die physikalisch effektive Struktur an den Punkt heran. Hier haben wir eine 6,9 NEL, einen NXP-Wert wird man auf einer Rockrüberanalyse vergeblich suchen. Da wird die Nutzbarkeit des Proteins anders ausgewiesen. Nicht-Faser-Kohlenhydrate, okay, da steckt vor allen Dingen eben, sagen wir mal, Stärke und Zucker drin, diese beiden Fraktionen. So, dann haben wir hier auch nochmal eine Siebanalyse. Das kommt der KPS-Geschichte so ein bisschen nah. Was mir dabei nicht so richtig gut gefällt, ist, dass die Gesamtbewertung sozusagen nicht ermöglicht, sozusagen, ist es jetzt gut oder schlecht? Und was will ich eigentlich erreichen? Da fehlen mir dann auch hier ein Stück weit die Zielideen da dran. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchvieh-Beratung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller. Bis dann, dein Rainer Möller.